Ihr hört den Spotfight Podcast mit der Review zu NXT. Wir analysieren den gelben Brand und diskutieren die Highlights und Lowlights der Show. Damit viel Spaß beim Podcast. Der Mittwochabendkrieg zwischen NXT und AEW geht in die zweite Woche. Tobi und TJ aus unserem Team haben schon über AEW gesprochen. Jetzt sind wir dran. Konnte NXT auch diese Woche deliveren? Das werden wir besprechen. Wir sind heute zu dritt. Mein Name ist Jonathan. Ihr hört den Spotfight Podcast mit einem Ressa und einem Experten hier an meiner Seite. Ich begrüße erstmal den Ressa, den ihr schon aus der letzten Woche kennt. Damek ist hier mit am Start. Damek, du standest schon in der Full Sail University im Ring. Der Ring, der jetzt hier von den NXT Superstars quasi genutzt wird, um uns zu unterhalten. Ich begrüße dich in diesem Podcast. Moin erstmal aus dem verregneten Hamburg. Ich hoffe, euch geht es allen gut, allen Zuhörern. Mir geht es bestens. Kann nicht meckern und kann loslegen, hier ein bisschen über NXT zu reden. Ich bin heiß. Du bist heiß. Genau wie unser dritter Gast hier quasi. Oder zweiter Gast, wie auch immer man möchte. Shaggy ist am Start. Michael Schwarz. Ich werde jetzt nicht aufzählen, was du alles machst, Shaggy. Aber wenn ihr euch dafür interessiert, dann könnt ihr euch gerne nochmal die Countdown-Episode von Shaggy hier auf dem Kanal anhören. Shaggy, how you doing? Ja, ich freue mich sehr dabei zu sein. Endlich hat es geklappt. Für mich ist es ja heute der Start. Danke, dass du mich als Experte bezeichnet hast. Und du sagst, ich mache viele Dinge. Eine Sache mache ich jetzt und darauf freue ich mich sehr. Und zwar mit euch zu talken über die aktuelle NXT-Episode. Shaggy und Mac werden in der nächsten Zeit übrigens, das kann ich schon mal spoilern, NXT etwas häufiger zu zweit besprechen. Nächste Woche sind nochmal Mac und ich dran. Aber dann wird es fulminant starten mit den beiden, die sich NXT so ein bisschen schnappen werden. Ich habe ja auch Raw, ich habe ja Smackdown. Ich bin ja ordentlich bedient und werde da mit dem Jörn auch genug über Catchen sprechen. Da kann man auch mal hier auf jeden Fall euch beiden den Raum lassen. Heute sind wir zu dritt. Und ich möchte direkt mit dem Opener starten. Der ja sehr, sehr unterhaltsam war hier bei NXT. Lio Rush gegen Drew Gulak. Das NXT Cruiserweight Champion Titel Match. Lio Rush hat hier in diesem Match als Face super funktioniert. Hat die Fans begeistert. Das war ja auch in seinen letzten Matches schon so. Und hat das Cover nach dem Frog Splash dann auch durchgebracht. Und ist der neue Champion, was ja in gewisser Weise absehbar war. Und damit startet NXT hier direkt fulminant rein. Richtig. Also super starkes Match zum Beginn, würde ich sagen. Super Opener. Lio Rush ist total over. Ich frage mich, woher das kommt. Denn ich denke in den letzten, also zumindest damals NXT Matches, da hat er sogar, ist er mit Niederlagen rausgegangen. Und jetzt nach der Rückkehr sofort angenommen vom Publikum. Das Publikum wollte ihn auch in dem Match als Sieger sehen. Und ja, war ein sehr, sehr heißes Match mit innovativen Spots. Also ja, dieser Dive raus quasi auf die Ringhelfer hat man vorher noch nicht so gesehen. Sah auch etwas brutal aus. Aber sehr, sehr stark geworkt von beiden. Auch wenn man gemerkt hat, dass Drew Gulag hier in dem Match der deutlich erfahrenere ist. Aber ich denke, es war der richtige Sieger derzeit für die Fans ist Lio Rush einfach sehr, sehr heiß. Und denke ich, verdient der neue NXT Cruiserweight Champion. Ja, wir wissen ja auch noch nicht genau, wie es im Grunde mit den Cruiserweights weitergeht. Du hast es gerade gesagt, es ist ja jetzt der NXT Cruiserweight-Titel. Ist 205 Live jetzt endgültig eingestampft. In der letzten Woche wurde es nicht aufgezeichnet. Von daher ist der Titel jetzt auch eigentlich fest bei NXT zu sehen. Und ein Lio Rush, der ist ja erst in der letzten Woche wieder zurückgekommen nach einer längeren Auszeit. Der ist hinter den Kulissen nicht so beliebt gewesen. Scheint aber ein bisschen an sich gearbeitet zu haben. Und klar ist der Over, der war beim WWE-Programm, da war er schon Over an der Seite von Bobby Lashley. Im Vergleich zu Bobby Lashley war der Sau Over. Und man hat ihn damals rausgenommen, weil er sich hinter den Kulissen wieder neben, ja, sich daneben benommen hat. Aber jetzt ist er zurück. Und es sind halt beides absolut Meister ihres Könnens. Beides innovative Wrestler. Und das Publikum war hier hinter Lio Rush, wobei ich ihn lieber natürlich auf der Heel-Seite sehe. Ich weiß nicht, wie es euch da geht, aber fantastisches Match. Und von Clara Sieger, in der letzten Woche zurückgekommen, jetzt holt er sich gleich den Cruiserweights-Titel. Ist aber auch okay, man plant mit ihm und das ist ein toller Mann. Also ich denke auch, dass er als Heel genauso gut, mindestens genauso gut funktioniert wie als Face. Ich sehe ihn persönlich auch lieber als Heel, aber mag wahrscheinlich am persönlichen Geschmack einfach nur liegen. Das Einzige, was mir ein bisschen negativ aufgefallen ist bei dem Match, wenn man darüber was Negatives sagen kann, ist die After-Match-Sequenz, die so ein bisschen für WWE-Verhältnisse, muss man dazu sagen, ein bisschen unsynchron gewirkt hat. Ich weiß nicht, ob es da ein bisschen Fehler mit der Absprache gab, denn Lio Rush hat nach dem Gewinn schon direkt den Titel in der Hand gehalten, obwohl da natürlich erstmal die Sequenz kommen sollte, dass William Regal ihm den Titel übergibt. Haben sie auch schnell weggeschnitten und dann nochmal draufgeschnitten. Das ist mir natürlich direkt aufgefallen. Aber nichtdestotrotz haben sie die Geschichte gut erzählt. Gulag als, wie soll man sagen, als mürrischen Verlierer, der dann doch die Niederlage eingesteht, am Ende nochmal overgebracht und nochmal offiziell von William Regal den Titel um die Hüften geschnallt bekommen. Also das ist dann doch nochmal ein bisschen anders, als den Titel einfach so in der Hand zu tragen und am Ende für sich selbst zu feiern. Also es wirkt etwas größer als gedacht. Es ist auch eine sehr, sehr interessante Paarung, weil, wie du es gesagt hast, Shaggy, beide sehr innovativ sind, auf ihre eigene Art und Weise. Und deswegen war das schön zu sehen. Drew Gulag ist ja auch definitiv underrated. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber der ist bei Cruiserweight, bei 205 Live, bei den Cruiserweights ist der richtig abgegangen. Mac, dir geht es da auch so? Habe ich rausgehört gerade? Definitiv. Also Drew Gulag ist einer der technisch stärksten Wrestler im Roster, würde ich auch sagen. Wird gar nicht so gezeigt. Man hat das tatsächlich mehr in der Cruiserweight Classic von ihm gesehen. Und ja, der ist wirklich stark. Also in dem, was er macht, das sehen auch erfahrene Leute in diesem Match. Es gab da mehrere Situationen, in denen er Leo Rush so ein bisschen geführt hat. Obwohl Leo Rush natürlich sehr innovativ ist mit seinem Stil, merkt man doch hier und da, zumindest in diesem Match, dass er da vielleicht ein bisschen nervös war. Und Gulag da das Ruder gut übernommen hat, gut das Match geleitet hat. Und ich würde ihm da doch sehr viel auf die Karte schreiben, dass das Match so gut geworden ist. Also es ist schon eine sehr große Leistung auch von Gulags Seite aus. Gerade jetzt kann ich mir vorstellen, dass man Drew Gulag auch andersweitig plant. Und jetzt, wo er ein festes NXT-Mitglied ist, kann man ihn sicherlich auch in anderen Karte-Regionen positionieren. Ich glaube, dem kann auf jeden Fall jemand sein, der auf dem North American-Title antritt oder vielleicht sogar noch mehr. Weil der hat es drauf, der ist charismatisch und der hat auch irgendwie wirklich eine eigene Persönlichkeit, auf die ich total stehe. Also ich bin Drew Gulag-Fan, muss ich sagen. Da sprichst du, denke ich, für uns drei. Und damit würde ich sagen, haken wir dieses, ja doch, war eines der Highlights des Abends auf jeden Fall. Ein starker Opener, haken wir das ab und gehen zu Rhea Ripley. Auch ein Top-Show-Punkt, über den ich hier sprechen will und mich auch darauf gefreut habe, über sie zu sprechen. Weil je öfter ich sie sehe und je mehr sie sich entwickelt, desto mehr denke ich mir, okay, die wird in einigen Jahren eine ganz, ganz große Rolle auch bei WWE spielen. Hat hier gegen Lya ein Showcase-Match beeindruckend gewonnen und hat danach klargemacht, dass sie gegen Shayna Baszler antreten will. Money-Match incoming, definitiv. Also da bin ich vollkommen bei dir. Rhea Ripley ist auf jeden Fall die Zukunft im Frauen-Wrestling, würde ich sagen. Sie hat den Look, sie hat die Technik jetzt schon, sie kann überzeugen, ist auch gut am Mikrofon tatsächlich. Also das hat mich auch überzeugt, ihre Ansage. Und ja, da kann man gespannt sein, was da kommt in der Zukunft. Also ich hoffe, dass sie sie sehr zielt einsetzen, dass man sie nicht zu häufig sieht, sondern dass sie immer so ein bisschen was Besonderes bleibt, um diesen Effekt noch länger rauszuziehen, dass es ganz, ganz frisch ist. Und ich bin gespannt, was da kommt. War auf jeden Fall ein sehr, sehr starkes Showcase-Match. Ja, Rhea Ripley ist auf jeden Fall auch eine Wrestlerin, die ich super gerne sehe. Und ich sehe es auch wie Mac. Also ich freue mich auf dieses Match gegen Shayna Baszler total. Ich meine, Shayna Baszler ist ja so ein Bully-Charakter, der es eigentlich die Kleineren bisher immer niedergemacht hat. Aber mit Rhea Ripley steht endlich eine gegenüber, die nicht kleiner ist als sie. Im Gegenteil, also die stellt sie noch ein bisschen in den Schatten. Und sie ist ja auch kräftig. Und ich glaube, das wird ein hartes Match. Und Rhea Ripley, die ist eigentlich auch ein geborener Heel im Grunde. Aber so gegen, wenn man sie gegen Shayna Baszler stellt, muss man sie im Grunde so auf die Face-Seite erstmal positionieren. Das ist schon richtig cool gemacht. Kurzes Match, Showcase-Match, wie du gesagt hast, Johnny. Gegen eine Leier, die, ja, die, sie hübsch anzusehen. Aber im Ring hat sie sich in den letzten Jahren, die ist ja schon auch, ey, wie klang ihr dabei. Das ist ja eine, erinnert ihr euch noch an Breaking Crowns? Das war ja auch eine der Charaktere, die da vorgestellt wurden. Wie viele Jahre ist das her? Und viel ist nicht aus ihr geworden. Und im Ring hat sie sich nicht wirklich stark verbessert. Schön anzusehen, aber im Ring ist sie, glaube ich, für solche Matches ganz gut. Was du nicht erwähnt hast, Johnny, wir hatten noch ein paar Backstage-Clips vorher, vor dem Match von Rhea Ripley. Ein Highlight-Clip über Finn Balor, der jetzt kommen wird. Und noch ein Auf-, also, man hat Kushida gesehen, wer sich aufgewärmt hat. Und auch ganz schön für mich, Tegan Nox wird nächste Woche zurückkehren. Und die hat man auch nochmal in einem Clip vorgestellt. Man macht das ganz schön, dass man wirklich auch die Charaktere hier bei NXT so ein bisschen vorstellt. Und auch für die nächsten Wochen irgendwie ins Rampenlicht stellt. Das finde ich ganz cool. Und hier das Match, Rhea Ripley, sehr cool, cooles Mikrofon am Ende noch. Es hat sie gut gemacht und ich freue mich wirklich auf das Match gegen Shayna. Wir bleiben bei den Damen. Rhea Ripley, übrigens 22 Jahre erst jung. Das ist nochmal ein Faktor, der da mit reinspielt. Und der zeigt, die wird noch eine ganz, ganz große Rolle spielen. Aber später am Abend haben wir dann noch ein weiteres Match gesehen, das darauf quasi dann Bezug genommen hat. Zumindest die Anschlusspromo. Dakota Kai trat an gegen Bianca Belair. Die Damen haben sich hier quasi versucht, für den NXT-Frauentitel zu empfehlen. Haben sich hier versucht, beide natürlich durchzusetzen, um dann die nächste Herausforderin zu werden. Für Shayna Baszler, obwohl das jetzt nicht ein Number-One-Contender-Match war. Aber es war ja trotzdem jetzt so ein bisschen ersichtlich. Okay, in diese Richtung wird es gehen. Bianca Belair gewinnt hier und sagt danach, dass Ripley ihr völlig egal ist. Sie meint, sie wird Baszler den Titel abnehmen. Was ja ganz interessant ist, weil Bianca Belair schon mehrfach an Baszler gescheitert ist. Jetzt ist die Frage, ist sie wirklich ein Aufbau-Gegner für Ripley quasi? Oder pusht NXT Belair nochmal nach oben, um sie gegen Baszler zu stellen? Ich glaube nämlich ganz klar, dass das hier ein Aufbau-Sieg für die gute Rhea Ripley sein wird. Und Bianca Belair hier nochmal quasi den Stepping-Stone-Sieg bekommen hat. Das ist ein guter Aufbau-Gegner. Sie ist sehr stark, ist auch eher, sage ich mal, eine Wrestlerin der robusteren Sorte. Also die sehr, sehr viel Kraft einsetzen kann und das auch in ihren Matches dominant zeigt. Und ich glaube, dass sie ein sehr, sehr starkes Match sein kann, bevor es dann zum absoluten Showdown der Ladies kommt. Also ich bin tatsächlich da mal wirklich gespannt drauf. Sonst ja nicht der große Frauen-Wrestling-Fan, aber da muss ich zugeben, haben sie mich gehuckt. Ich bin gespannt und will die nächsten Wochen da wirklich sehen, was da passiert. Das finde ich ein bisschen schade, Meg, dass du gar nicht so der große Frauen-Wrestling-Fan bist. Ich glaube, dass wir in unseren zukünftigen Talks, da werde ich dich nur überzeugen können, dass das Frauen-Wrestling eigentlich doch fantastisch ist. Nicht nur, weil Frauen-Wrestling auch schön anzusehen sind, sondern weil die es auch im Ring wirklich gut drauf haben. Und zwei, die es auch wirklich drauf haben, waren ja Bianca Belair und Dakota Kai. Und so wie du es gesagt hast, Johnny, Bianca ist seit ihrer Niederlage gegen Shayna oder seit ihren Niederlagen gegen Shayna auch nicht mehr undefeated, wie sie es immer so gern gesagt hat. Mich hat aber hier der Sieg ein bisschen überrascht. Klar wird sie jetzt als Aufbau-Gegnerin für WeRipley hinhalten, das hat die Promo klar gemacht danach. Aber ich habe von Dakota Kai eigentlich auch gedacht, dass man sie jetzt auch so ein bisschen ins Titelrennen mitpushen könnte. Weil die hat ja auch eine Vorgeschichte mit Shayna Baszler, die noch nicht beendet war. Das war ja eine von den Mädels, die total Angst vor Shayna hatten und auch gebullied wurde von ihr. Und ich glaube, die Geschichte muss auch noch weitererzählt werden. Die beiden werden wir auf jeden Fall auch noch mal gegeneinander sehen müssen mit der siegreichen Dakota Kai am Ende. Also hoffe ich zumindest. Und bin ganz gespannt, wie es auch mit ihr weitergeht. Also ein ganz gutes Match. Ich freue mich, dass Dakota wieder da ist. Und ich freue mich, dass die Damen-Division von NXT auch so gut besetzt ist. Und das wird Meck auch noch klären. Aber denkst du nicht, dass Dakota Kai eher in der Tag-Team-Division mit Tegan Nox aufräumen wird? Und dass wir da eher in der Richtung einen Aufbau sehen werden in der Zukunft? Zumindest in den nächsten Wochen. Es deutete sich so an, wie du es gesagt hast. Ja, das kann sein. Aber wir haben ja eigentlich auch keine wirkliche Tag-Team-Division bei NXT. Genau. Und deswegen könnte das ja der Start sein, sozusagen. Dass man da in der Zukunft tatsächlich ein Team aufbaut. Und vielleicht sogar da eben eine richtige Tag-Team-Division der Frauen aufbaut. Also ich sehe das da schon kommen. Denn ich denke, Einzelwrestlerinnen haben sie schon starke genug, um im Spotlight zu stehen. Und da fehlt jetzt noch so ein bisschen die Tag-Team-Division, meiner Meinung nach. Ja, da hast du auf jeden Fall nicht Unrecht. Aber ich weiß auch nicht, wie groß jetzt der Damen-Kader besetzt ist bei NXT. Ich glaube, da fehlen noch ein paar, um eine wirkliche Division auch auf die Reihe zu kriegen. Ich meine, man hat es ja am Hauptroster nicht mal wirklich. Da hat man Damen-Tag-Team-Gürtel, aber nicht wirklich eine Division. Aber vielleicht ist es auch eine Möglichkeit, auch den Damen-Gürtel wirklich auch über die Prants, vielleicht Damen-Tag-Team-Gürtel über die Prants verteilen zu lassen. Das könnte sein, also interessant auf jeden Fall. Würden zusammenpassen, Team Locks und Dakota Kai auf jeden Fall. Aber ich will trotz allem irgendwann der Kurta Kai nochmal schöner Basler besiegen sehen. Das ist auf jeden Fall, was noch kommen muss. Das wollte ich jetzt auch noch ansprechen. Absolut gut, dass du es mir vorweggenommen hast. Da können wir direkt zum nächsten Match kommen. Breezango traten an gegen die Forgotten Suns. Eigentlich sollte da Team Averice antreten, aber die Suns zerren Team Averice in verprügelter Form quasi auf die Stage, schreiten dann zur Tat und gewinnen natürlich dieses Match. War kurz, war unterhaltsam. Die Forgotten Suns wieder auf der Siegerstraße. Und ich muss ja sagen, die Forgotten Suns, das ist so ein Gimmick. Das hat mich abgeholt, als ich eine Zeit lang aufgehört habe, NXT zu schauen in dieser Phase, in der es nicht mehr so hot war quasi. Aber für dieses Gimmick habe ich dann trotzdem für ihre Segmente eingeschaltet. Ist ja auch klar angelehnt an Sons of Anarchy, eine meiner Favorite-Serien. Und dieses Biker-Ding, diese Charakterrichtung, die sagt mir sehr zu und ist deswegen willkommen. Und ich habe mich sehr gefreut, hier zu sehen. Ja, definitiv. Also war auch eher ein Showing-Match für die Forgotten Suns. Ja, bei Breezango bin ich mir nicht sicher. Weiß ich nicht, vielleicht kommt das bei mir einfach nicht so an. Das Gimmick, was sie jetzt fahren. Ja, ich finde das ein bisschen sehr drüber, ein bisschen sehr aufgesetzt. Vor allem, wenn man, sage ich mal, schon einen starken Charakter in der Show hat, der, sage ich mal, in eine ähnliche Richtung geht mit dem Velveteen Dream. Und bei den beiden ist es halt eher so natürlich in einer Fun-Richtung. Aber mich holt das nicht ganz ab. Also deswegen fand ich den Sieger da deutlich richtig, ja, für mich natürlich für den Abend. Und war auch so angesetzt natürlich, das Match, ne, für die Forgotten Suns. War ein schnelles Match, ein kurzes Match. War tatsächlich nur ein, ja, wie soll man sagen, Augenschlag und dann war es dann auch schon wieder vorbei. Oder ein Wimpernschlag und dann war es dann schon wieder vorbei. Und, ja, hätte doch ein bisschen länger gehen können. Aber ich meine, wir hatten ja auch noch andere starke Matches auf der Card. Ja, und ich muss sagen, also wir wussten ja nicht, am Anfang kam ja dieses neue Entrance-Team. Man wusste ganz ab zu Beginn nicht, wer jetzt kommt. Puisengo hatten dieses Team noch nicht benutzt. Und dann kamen ja diese, erst mal diese Mädels auf die Stage, auch in Bauarbeiterklamotten. Und dann kam Puisengo von Bauarbeiterklamotten auf die Bühne. Und da war mir klar, wie die WWE weiter mit ihnen plant. Also ich mag die beiden ja eigentlich, sind fantastische Wrestler, ein tolles Team. Aber so wie sie da aufgetreten sind, heißt das ganz klar für mich Undercard oder höchstens Midcard. Das ist ja, für mehr ist das Gimmick eigentlich nicht gemacht. Es ist schon ein bisschen schade, wie sie dann aufgetreten sind. Und Everwise ist ja auch so ein Team, die eigentlichen Gegner, die auch in der Undercard irgendwie zu finden sind. Eine Edeljobber oder so mehr. Anders werden sie ja noch nicht eingesetzt. Die kennt man ja auch erst seit ein paar Wochen. Und ich muss im Gegensatz zu euch sagen, dass mir die Forgotten Suns gar nichts geben. Also ich kann mit denen wirklich nichts anfangen. Ich mag Suns of Energy auch total gerne. Geile Serie. Aber so das wirkt bei denen auch so ein bisschen aufgesetzt. Und Jackson Weicker als der Zerstörer, der dann auch Everwise auf die Bühne gezerrt hat. Ich weiß nicht so. Der kommt bei mir nicht so richtig an. Also ich bin kein großer Fan der Forgotten Suns. Dafür bin ich ein Fan von Puisengo. Und ich fand es ein bisschen traurig, wie sie dargestellt wurden, muss ich sagen. Die Darstellung hat mir auch, wie gesagt, überhaupt nicht gefallen. Ich weiß auch gar nicht in der Halle, ob das so gut ankam. Zumindest war, wie du sagst, beim Entrance, als die Mädels auf die Bühne kamen und erst mal das Licht gedimmt worden ist. Und dann diese Bauarbeiter-Absperrungen gezeigt worden sind. Er wusste auch keiner so wirklich damit was anzufangen. Und es war auch nicht der große Pop, als dann Puisengo auf einmal zu sehen war. Also, dass man dann tatsächlich positiv überrascht war, sondern eher so, denke ich, dass vielleicht viele Fans so den Eindruck hatten wie du, Shaggy, dass das jetzt eher so ein Undercard-Gimmick ist. Und ja, schade für die beiden, denn die beiden sind definitiv starke Wrestler. Die können auch was im Ring. Aber ja, derzeit wird das wahrscheinlich nicht so im Spotlight stehen, sondern eher das Gimmick, um vielleicht andere künftige Stars overzubringen. Cameron Grimes ist der Mann für schnelle Siege. Das hat er bei der Premiere von NXT on USA gezeigt. Und auch hier gegen Boa ein schneller Sieg für Grimes. Und danach kam ein wütender Killian Dain heraus und hat Boa verprügelt. Der war richtig angry, der ging richtig ab. Das war hier ein LKW, der hier reingefahren ist. Und da war auf jeden Fall Action drin. War so ein kleiner Punkt. Und Cameron Grimes, der wird hier stetig, schnell aufgebaut. Definitiv. Ist auch für mich, sieht man das da auch schon, das ist ein Superstar. Das ist einer, der in der Zukunft definitiv polarisieren wird. Ich fand überhaupt das ganze Segment nicht so stark. Also das war tatsächlich das Einzige bei der ganzen Show, was mir nicht so wirklich gefallen hat. Und ich ein bisschen, ja, das Interesse dann verloren hatte. Auch das Segment am Ende mit Killian Dain. Also der dann zerstörerisch reinkam und, ja, den armen Boa dann noch weiter fertig gemacht hat. Der arme Junge. Also der hat ganz schön viel kassiert. Ja, hat mich nicht so abgeholt, muss ich ehrlich sagen. Auch die Ansage Richtung Kommentatoren, ja, kam für mich ein bisschen aufgesetzt drüber. Und die Crowdreaktion hat da einfach gefehlt, um mich da richtig abzuholen. Die Leute in der Halle sahen da auch nicht sehr begeistert drüber aus oder erschrocken drüber aus, je nachdem. Und, ja, auch dieser Kameraschwenk in der Halle, das fand ich sehr unvorteilhaft, weil die Full Sail University, beziehungsweise die Halle, die ist halt nicht so groß. Und wenn man da diese Aufnahmen macht in der Crowd oder durch die Crowd geht, dann fällt das dem Zuschauer noch mehr auf, dass das eher eine kleinere Halle ist. Und, ja, ich finde das eher negativ für das ganze Produkt, wenn man denn in Konkurrenz steht zu dem AEW-Produkt, was natürlich in großen Hallen stattfindet, sehr bunt ist. Und, ja, da finde ich, da sollte man bei NXT doch nochmal ein bisschen nachziehen, vielleicht ein paar Ideen reinbringen, wie man das Ganze nochmal ein bisschen größer wirken lassen kann. Da gibt es ja Möglichkeiten mit Kameraaufnahmen oder mit Setups. Und, ja, bin ich mal gespannt, ob das dort auch so aufgefallen ist und vielleicht in der Zukunft was geändert wird. Ja, Cameron Crimes und Boa sind es ja auch zwei, die bei diesem Breakout-Turnier mitgemacht haben. Cameron Crimes, der war ja zumindest im Finale und mit dem plant man sicherlich Größeres. Sie hat es gesagt, ja, schnelle Siege. Und der hat auf jeden Fall was ganz, ganz Besonderes. Und ein Killian Dain, der kam ja jetzt nicht nach der Match, der kam ja schon direkt während des Matches und Boa war, also direkt zu Beginn. Und Boa war abgelenkt und hat dadurch diesen Driving-Double-Stomp abbekommen und wurde so, ja, wurde so besiegt. Und ich finde es ein bisschen schade auch. Also Killian Dain hat ja dann Boa, wie ich es gesagt habe, niedergemacht und auch auf dem Kommentar-Thorn-Pult abgelegt, will ich mal sagen. Und hat dann gesagt, this is just the beginning, das waren seine Worte. Und wenn das erst der Anfang ist, dann will ich das Ende auch gar nicht mehr sehen, muss ich sagen. Also mich hat das auch überhaupt nicht mitgenommen. Ich hätte es geiler gefunden, wenn man einen Killian Dain vielleicht an die Seite von Cameron Crimes gestellt hat. Das ist ein cooler Typ. Bei TNA war es, glaube ich, dieses Stable Cult of Lee, also als Trevor Lee noch. Und das war schon irgendwie cool. Das hat schon was Besonderes, gerade so als, ja, so ein bisschen crazy Anführer irgendwie. Das war schon geil. Und Killian Dain hätte cool an die Seite von Cameron Crimes gepasst, würde ich sagen. Stellt euch die mal nebeneinander vor, die sehen schon geil aus. Aber es ist anders gekommen, als es sollte. Und naja, mit Killian Dain kann ich auch nicht so viel anfangen. Aber Cameron Crimes ist für mich auch ein Star. Der ist zwar jetzt nicht der Größte, aber der hat irgendwie was Eigenes, was sonst keiner hat. Und das finde ich immer ganz cool. Genau, der sticht raus. Wie du sagst, der ist nicht der Größte. Der hat jetzt auch nicht den Körper, wo man sagt, oh mein Gott, Million Dollar Body. Aber der sticht durch seine Art und Weise raus. Ich sage immer so ein bisschen der Exot, ein bisschen derjenige, wo du dir so denkst, was ist das eigentlich für ein Typ? Und dann haut er im Ring tatsächlich mal hier und da Aktionen raus, die du so nicht kommen siehst. Und dementsprechend denke ich, dass der bei NXT auf jeden Fall ein Star werden wird und vom Publikum, früher oder später, ganz hoch gelobt wird. Und er hat auf jeden Fall eine schöne Behaarung, das Körperbehaarung. Und das hat Killian Dain auch. Von daher hätten die auch irgendwie ganz gut zusammengepasst. Naja. Die Harry Brothers. Die Harry Brothers. Gute Sache. Ja, diese Beschreibung von DMG gerade zu Cameron Grimes, die kann ich nur zu 100% unterschreiben. Das ist genau das, was, denke ich, viele Leute fühlen, wenn er rauskommt, wenn er da auch im Ring steht. Ganz, ganz spannend. Aber halten wir uns da nicht auf, denn von Cameron Grimes, da werden wir auf jeden Fall noch ganz, ganz viel sehen. Und da werdet ihr, beziehungsweise werden wir auch noch ganz, ganz viel drüber sprechen können. This is just the beginning, würde ich mal sagen. Denn Cameron Grimes, von dem können wir, denke ich, sehr viel mehr erwarten, hoffentlich, als von Killian Dain. Würde dir dazu stimmen, Shaggy. Das war in der Art und Weise nicht sonderlich abholend, eher ablegend. Aber kommen wir doch mal, kommen wir zum nächsten Match. Roderick Strong gegen Isaiah Swerve Scott. Der neue North American Champion Roderick Strong hier mit seinem Sieg, den er hier eingefahren hat. Scott sah trotzdem überraschend stark aus, fand ich. Was nach dem Match passiert ist, können wir gleich besprechen. Erstmal so weit, sonst wird das ja alles ein bisschen überladen, weil dieses Segment, hatte ich das Gefühl, war auch etwas überladen. Ja, definitiv. Also, da müssen wir auch gleich nochmal drüber sprechen. Wie du sagst, das Match war ein gutes Match, auch wenn ich von beiden Wrestlern mehr erwartet hätte. Also, beide können definitiv mehr, das weiß ich. Aber gut, es sollte ein Showing einfach nur sein von beiden Wrestlern, dass man, denke ich mal, die Charakter, vor allem, sage ich mal, bei, ich kenne ihn ja noch als Shane Strickland, ja, diesen Charakter besser erzählt. Und, ja, auch den Leuten zeigt. Ich finde die Ringgier ganz lustig. Sieht eher aus wie so eine, also seine Hose eher wie so eine, ja, Schlafhose, also, oder so eine Unterhose. Er war ungewohnt, ihn so zu sehen. Aber er ist halt innovativ in seinem Stil, ne. Ich habe aber gesehen, dass in manchen Situationen im Match gab es so ein paar, ähm, ja, Probleme, würde ich sagen, ähm, wo man gemerkt hat, jetzt wird hier tatsächlich ein bisschen, äh, das alles ausgerungen, ja. Jetzt muss man sich tatsächlich seine Spots erarbeiten, was mich natürlich gleich gehuckt hat, ähm, denn das ist das, was ich mag. Also, wenn es im Ring dann, äh, weg von den, sage ich jetzt mal, von den normalen Spots, von dem glatten Wrestling geht, zum tatsächlichen, äh, ja, Catchen, also zum tatsächlichen, ja, ich, äh, erkämpfe mir meinen Holt, ich erkämpfe mir, äh, meine Aktion, die ich demnächst durchziehen werde. Und das, äh, fand ich sehr stark in diesem Match. Natürlich mit Roderick Strong hat man da einen erfahrenen Wrestler, der, äh, denke ich mal, mit jedem Wrestler im gesamten WWE-Roster ein super Match auf die Beine stellen kann. Und mir gefällt, äh, sehr stark bei Roderick Strong seine Charakterentwicklung. Also, er hatte meiner Meinung nach in der Vergangenheit immer das Problem, dass er ein sehr, sehr starker In-Ring-Akteur war, aber außerhalb des Rings und am Mikrofon war er dann doch sehr simpel, sehr einfach und, ähm, hat einen vielleicht nicht ganz so abgeholt. Aber jetzt in dieser Rolle, äh, ja, des arroganten Teammitglieds, ja, äh, äh, also er kommt richtig cool rüber, er kommt, äh, sehr arrogant, selbstsicher rüber. Und dadurch, ähm, kann er halt dann auch mal auf die Nase fallen in Matches und da kann man gespannt sein, äh, wer ihn denn in der Zukunft vielleicht den Titel abnehmen wird. Ich seh das auch wie der Max da, also, ein Roderick Strong hat arg an sich gearbeitet, dass er auf jeden Fall Ausstrahlungen zubekommt. Also, er ist nicht der geborene Charismatiker, das kann man so sagen, er hat nicht das geborene Charisma, hat er absolut nicht. Und, aber er hat wirklich daran gearbeitet. Klar, das sieht man auch so ein bisschen, dass es ein bisschen, es wirkt bei mir immer noch so ein bisschen künstlich. Aber er ist an Mike deutlich besser geworden und ich seh ihn auf jeden Fall gerne. Also, ich hab mich auch über dieses Match gefreut und ein, äh, Isaiah Scott, also der frühere Shane Strickland, wie, 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 wie Mike auch schon gesagt hat, Das ist auch ein toller Wrestler und ich finde es schon bemerkenswert, dass man ihm ja auch schon 10 Minuten gegeben hat. Ich meine, er hat noch keine großen Geschichten gehabt hier bei, bei NXT, der ist eigentlich auch relativ neu da und man gibt ihm 10 Minuten gegen den North American Champion. War schon cool. Beiden haben ein tolles Match abgeliefert und natürlich auch ein bisschen, wie, wie Max ja schon festgestellt hat, mit angezogener Handbremse so ein bisschen. Also, die haben noch nicht alles gegeben, aber ich glaube, sie sollten und wollten es auch in dem Fall jetzt noch nicht. Es ging aber darum, auch einen, äh, Isaiah Scott auf jeden Fall auch zu etablieren im Roster und den sieht man jetzt auch gerne. Der kam beim Publikum auch gut an, aber das, was danach passierte, das ist ja aber das Interessante und das wird uns Johnny jetzt nochmal ganz genau kacklein erklären. Auf geht's, Leute. Was, was ging hier eigentlich ab? So, erstmal kommen die fiesen Kumpels von Roderick Strong hier in den Ring, feiern mit ihm. Adam Cole lobt so ein bisschen ironisch die Leistung von Scott, aber wird dann von Velveteen Dream unterbrochen. Äh, der hat erstmal gesagt, Strong does not measure up, zeigt uns dann ein Bild, erst mit Championship und dann ohne Championship in Shawn Michaels Style. Ihr wisst alle ganz genau, was ich meine und dann ist der Championship auf einmal weggegangen und der verpixelte Genitalbereich von Strong war zu sehen. Und dann kam noch dazu Tommaso Ciampa, der auch am Start war, ähm, und sagt zu Goldie, also der NXT Championship, die er so getauft hat, Daddy ist zu Hause. Ja, Daddy ist zu Hause. Das war auch der große Pop des ganzen Segments. Ähm, ja, wie du schon am Anfang gesagt hast, fand ich das ein bisschen viel. Also, ähm, es ist so viel passiert in dieser kurzen Zeit, äh, gleich mit drei Charakteren, die da, oder wenn man die anderen noch mit einbezieht, noch viel mehr Charaktere, die da irgendwie, äh, gezeigt worden sind und gesprochen haben. Ähm, ich fand das, äh, mit dem Bild, was du angesprochen hast, in Shawn Michaels Pose oder für deutsche Wrestling Fans in Bobby Gans Pose, ja, äh, Bobby Gans, ehemaliger Champion der WXW, ähm, hat ja auch gerne so ein Bild über die Social Media Kanäle, äh, geteilt. Und, äh, fand ich ganz lustig, äh, ist natürlich WWE Humor, äh, hat aber, glaube ich, die Leute in der Halle sehr gut abgeholt, war auf jeden Fall ein Pop da, ja. Ähm, und ich weiß gar nicht, warum die sich darüber so aufgeregt haben, denn ich meine, äh, den Social Media Kanälen haben die dieses Bild ja selber gepostet. Also war das doch eigentlich, äh, von Velveteen Dream was Nettes, das nochmal dem NXT-Publikum, äh, und dem National TV tatsächlich mal zu präsentieren oder nicht? Da hast du recht, aber aufgeregt haben sie sich ja eigentlich erst, als der Gürtel retuschiert, wegretuschiert wurde. Und da hat man ja nicht viel Großes gesehen, will ich mal behaupten. Ich meine, Perky kennt das, aber ansonsten hat, war das wirklich, wow, war das nicht wirklich irgendwie, also das war schon, das war schon fies. Das hat ein Roderick Strong extrem aufgeregt, das hat man gesehen. Naja, ist das denn wirklich fies? Also, ist das wirklich so fies? Man weiß es ja nicht, ne? Ne, wer weiß, gell, vielleicht ist es auch ganz normal. Roderick Strong kann auch wegen anderen Sachen nur strong sein, ne? Also, das ist, äh. Aber was passiert denn hier? Ja, wie auch Perky das gerade gesagt hat, als dann ein Jumper zum Ring kam und dieses Segment, er setzt sich einfach in den Ring, so cool wie er ist, mit seiner Signature-Krücke, die er jetzt immer dabei hat, schaut einfach nur seinen Gürtel an, den er ja nie verloren hat, den musst du ja abgeben wegen Verletzung, schaut ihn an und sagt, Goalie, Daddy is home. Und das Publikum ist ausgerastet. Fantastisch, ein super charismatischer Jumper, aus dem, äh, hätte ich niemals gedacht, dass der so, so krass wird. Der war ja zeitweise der extremste Heel bei NXT, vielleicht sogar mit der beste Heel im amerikanischen Pro-Wrestling der Zeit, das war fantastisch. Und jetzt kommt er so auf der Face-Seite, das wird er nicht immer bleiben, aber er, so, jetzt, nach seiner Rückkehr, der ist, glaube ich, der Wrestler, der am obersten ist von allen, glaube ich, bei NXT. Er ist definitiv ein Heel, wie du sagst, also, ähm, der wird nur so lange over sein, meiner Meinung nach, ähm, ja, äh, solange er jetzt am Anfang seiner Story wieder steht, also der Comeback-Story, äh, früher oder später werden sie das auch wieder so hindrehen, dass er der stärkste Heel dort sein wird, weil er ist für mich ein geborener Heel. Äh, der Look ist fantastisch, also, allein wie er da schon reingekommen ist, wie du sagst, mit dieser Krücke und sich hingesetzt hat. Man sieht auch, obwohl er, äh, ja, noch ordentlich Klamotten anhatte, dass der Typ, äh, sehr durchtrainiert ist, wirklich an seinem Körper nochmal gearbeitet hat in seiner Verletzungspause. Und der Typ ist ripped, der Typ ist, äh, ready und ich denke, der wird, äh, in nächster Zeit für ganz schönen Gesprächsstoff wieder sorgen und auch, denke ich, mit im Hauptspotlight bei NXT stehen. Ich glaube, und er will Goldie auf jeden Fall nach Hause holen, da wo Goldie hingehört. Da gehört Goldie hin. Hat sich übrigens danach dem Match noch Backstage, äh, angelegt mit Angel Garza oder eher andersrum, ne, so ein bisschen gestichelt und dann Schlag kassiert. Nächste Woche wird es da das Match der beiden geben. Tommaso Ciampa wieder in Action. In Action war auch dein Buddy, Mac, der gute Walter. Und, ähm, da hört ja bei dir quasi die Objektivität auf, wenn wir über deine Bros hier über Imperium sprechen. Hier ging es nicht um den Titel im Match gegen Kushida, aber es ging auf jeden Fall ordentlich ab. Das war ein super Match und, ähm, ich möchte dich direkt fragen, Mac, du hast mit Walter schon oft im Ring gestanden. Du hast, du hast mit ihm den Locker Room geteilt zig Male. Wie war dieses Match für dich hier? Ja, ich fand, natürlich ist die Objektivität hier ein bisschen, ne, äh, in Frage zu stellen von meiner Seite aus, ja. Aber ich denke, ähm, da werden mir auch viele Zuhörer zustimmen. Das war definitiv, äh, der Main Event, das stärkste Match des Abends. Äh, auch wenn es von Kushidas Seite einen kleinen Slip-Up gab. Also, das heißt, ähm, er hat leider, ähm, bei einer Springboard-Aktion, ähm, ja, hat er sich ein bisschen, äh, überschätzt, beziehungsweise die Seile unterschätzt. Ist da ein bisschen weggerutscht. Aber wie bei den beiden zu erwarten, das sind Vollprofis, ähm, die haben das direkt, äh, ja, innovativ gelöst. Na, mit einem Big Boot ins Gesicht von Kushida und einem, ja, wie soll ich sagen, eher einem, einem Walls of Jericho, beziehungsweise ein Half-Boston-Crab, äh, Line-Thema-Mix von Balter. Also, das habe ich von ihm so nur in, äh, Europa gesehen. Tatsächlich noch nicht bei NXT. Sehr, sehr stark und sehr, sehr starkes Match. Also, innovative Spots, aber auch innovatives Wrestling. Ähm, gutes Showing auch von Kushida. Ich meine, äh, der ist, äh, ja, sicherlich drei, vier Köpfe kleiner als Walter und, äh, wesentlich schmaler als Walter. Aber hat nicht verloren gewirkt in diesem Match, sondern, äh, im Gegenteil gab tatsächlich Sequenzen, in denen er Walter vorführen konnte. Und auch zeigen konnte, dass in ihm ein sehr, sehr starker Wrestler schlummert. Und, ja, man kann gespannt sein, äh, wo die Reise für Kushida hingeht. Bei Walter weiß man natürlich, äh, wo die Reise hingeht als NXT UK Champion. Denke ich, wird er diese Brand auch noch stark vertreten. Und, ja, ähm, sehr, sehr starkes Match. Mir hat das super gut gefallen. Für mich das stärkste Match des Abends. Und, ähm, gerne mehr davon. Im Grunde hat auch Mac jetzt schon alles über das Match gesagt. Fantastisches Match. Und Walter kommt auch einfach unglaublich gut an beim NXT Publikum. Das ist, das ist geil. Also, sie haben auch hier sein, sein Entrance-Team mitgesungen irgendwie. Und, das ist schon, schon geil. Also, die Musik hat, seit Walter diese Musik benutzt, ist er nochmal so viele Schritte nach oben gegangen. Und im Ring ist er ja, da, über jeden Zweifel erhaben, einer der Besten. Und, ähm, das hat seine Karriere ja auch seit den letzten Jahren verfolgt. Also, fantastisch, wie er sich entwickelt hat. Fantastisch, wie er jetzt in Amerika auch irgendwie ankommt. Das ist auch ein Star. Und ein Kushida und ein Walter waren ja bis zu dem Zeitpunkt beide unbesiegt bei NXT, bei der WWE sogar. Und, ja, Kushida hat seine erste Niederlage eingefahren gegen den NXT UK Champion, mit dem man auf jeden Fall noch Größeres planen wird in Zukunft, auch bei NXT. Und ich bin gespannt, wie es da weitergeht. Ich mag Kushida gern, mit dem wird es auch weitergehen. Aber Walter, der ist erstmal on top. Walter holt sich den Sieg. Die beste sportliche Leistung des Abends, oder? Ja, würde ich so sagen. Und damit, äh, hat er auch das wieder delivered, was er sich auf die Fahne schreibt, quasi großartig. Ähm, Imperium hat dann noch auf der Stage ein bisschen, äh, sich zeigen dürfen. Und damit ging NXT dann auch schon off-air. Ähm, wir haben einiges für nächste Woche angekündigt. Ähm, und das möchte ich noch kurz einsteuern, bevor wir zum Fazit dann kommen. Äh, denn nächste Woche geht's auch schon fulminant weiter. Äh, Tegan Nox wird in Action sein. Ein Keith Lee gegen, äh, äh, wie heißt der jetzt? Nicht Donovan, sondern Dominik Dijakovic. Oh, danke schön. Aber ich war auch bei Donovan Dijakovic. Danke. Der, der, der Habit ist, äh, schwer zu brechen. So, Tommaso Ciampa gegen Angel Garza. Und wir haben ja Damien Priest gegen Pete Dunne. Und da gab's ja diese Woche ein Videopaket. Das müssen wir vielleicht noch kurz ansprechen hier. Definitiv, ja. Damien Priest im Videopaket hat hier den Grund dafür mitgeteilt, warum er Pete Dunne letzte Woche attackiert hat. Ähm, er will die Aufmerksamkeit, er will den Fame, er will außerdem auch ein bisschen die Girls. So ein ganz, ganz starkes Video. Ja, also wirklich, das hat mich wirklich, äh, heiß gemacht auf das Match. Ähm, super Story, weil die Geschichte ist ja ziemlich ähnlich, ne? Es wird ja auch nochmal von Pete Dunne gesagt. Äh, äh, ihm wurde damals gesagt von Triple H, äh, mach einen Namen für dich selbst. Also, äh, hol dir deine Spots sozusagen. Das hat er damals gemacht. Er hat für Aufsehen gesorgt und war, äh, der längste NXT UK Champion bis jetzt. Und, ähm, ja, mit Grimes haben wir da, äh, beziehungsweise, was sag ich denn, Grimes? Priest. Wie komm ich jetzt? Grimes. Naja, egal. Ähm, Superstar, der, äh, definitiv den Look hat, definitiv auch das Können hat, um mit Pete Dunne mitzuhalten. Dieses Match wird sehr, sehr stark werden. Beides sind starke Charaktere, beides sind starke Wrestler. Und, ähm, ja, die Erzählung jetzt schon ist geil. Und ich denke mal, das Match wird noch viel geiler werden. Also, seid gespannt wirklich. Ähm, das wird richtig heiß werden. Und ich, ich freu mich drauf. Ich seh das auch wie, wie Mac. Also, ich mein, ein, ein, ähm, Damien Priest, aus dem macht die WWE wirklich irgendwas. Der hat echt einen Superstar-Look. Ich find's geil, wie man's macht. Als Punishment Martinez war ja bei Wing of Honor ja nicht wirklich groß im Rampenlicht. Der war einer von vielen. Und, aber hier, die WWE setzt auf ihn. Und ihn gleich gegen Pete Dunne zu setzen, find ich total spannend. Ich freu mich auf dieses Match. Und ich freu mich, dass ihr das, ähm, bewerten werdet, und die über die nächste Sendung reden werdet. Genauso wie Keith Lee und Dominik Dijekovic, wie er heißt. Ähm, da bin ich leider nicht dabei. Und auch Angel Garza, von dem ich übrigens viel halte. Das ist mein heimlicher Liebling bei NXT. Darf mich jetzt mal ausdenken. Ich find den fantastisch, fantastischen Charakter. Guter Wrestler. Also, ich freu mich sehr. Aber der wird sicherlich gegen Jumper auch, äh, ja, sich hinlegen müssen, würd ich mal denken. Aber dafür bin ich in zwei Wochen wieder da, wenn es heißt, Roderick Strong gegen Velveteen Dream. Das werd ich mit dem Max da besprechen. Da freu ich mich schon sehr drauf. Also, äh, tolle Sendung, muss ich sagen. Also, aber der Perky will jetzt sicherlich von uns noch ein Fazit. Genau, Leute. Wie ist denn euer Fazit? Hat euch NXT gefallen? Und, ähm, habt ihr AEW gesehen? Wenn ja, könnt ihr einen kleinen Vergleich reinschieben. Ansonsten werd ich das am Ende noch bringen. Ja, also NXT hat mir wieder sehr gut gefallen. Ähm, auch wenn ich nach letzter Woche, da war es ja auch ein Titelmatch zum Opener. Und jetzt so langsam erkenne ich so das Schema, beziehungsweise die Struktur, die NXT wahrscheinlich in der Zukunft gehen will, mit den Titelmatches im Opener, die auch ein bisschen länger sind. Ähm, ich bin ja nicht so ein Freund von langen Openern. Äh, ich denke, es ist besser, ein kurzes Match am Anfang zu haben, was knackig ist, was schon einiges am Inhalt hat, um die Crowd heiß zu machen, aber die längeren Matches später zu zeigen. Äh, dennoch wurde ich da voll und ganz abgeholt. Mit dem Main-Event natürlich, äh, ja, zum Abschluss, äh, ein super starkes Match, was, ja, Lust auf mehr macht. Ähm, ja, zu den Matches kann man gar nichts sagen. Das war wirklich super gut, super stark. Ähm, das Einzige, was mir nochmal aufgefallen ist, weil ich die Show nicht allein geguckt habe, sondern eben mit, äh, ja, zwei Freunden, die eben nicht so Wrestling-affin sind, ähm, zum Vergleich zu AEW. Also, es, NXT ist ja deutlich die, oder wird von WWE-Seite als, äh, Konkurrenzshow für AEW, ähm, verkauft. Und, ähm, ja, die zwei Jungs, die hier mit mir die Show geguckt haben, hatten gleich den Einwand, dass sie das eben nicht so wirklich als Konkurrenz wahrnehmen können. Und es geht gar nicht um die wrestlerischen Fähigkeiten der einzelnen Akteure, sondern eher um den Look, ne? Also, um das, wie wirst du in diese Show, äh, reingeholt und, ähm, wie sieht das Ganze für den Betrachter aus? Und da denke ich einfach, mit AEW, da haben sie einen Riesenvorteil, dass sie halt eben große Hallen haben, sehr bunt sind, die Crowd verdammt heiß ist. Und es wirkt eher so, ähm, wenn ich mal die zwei Freunde zitieren kann, dass die AEW Dynamite Show eher in Konkurrenz zu Raw und SmackDown steht, vom Look allein schon, als zu NXT. Und, ähm, mich selber ertappt, dass ich zu sehr in der Materie drin bin und mir das gar nicht direkt so aufgefallen ist, ähm, da haben die schon recht. Wenn man das NXT-Produkt guckt und man würde jetzt von A nach B zappen, also mal auf, äh, Dynamite rüber zappen, dann ist das doch schon so, dass die AEW dort, obwohl die natürlich nicht die größere Promotion sind, dort aber größer wirken, bunter wirken und man doch wahrscheinlich eher da hängen bleibt, als wenn man auf das NXT-Produkt guckt, in dem die Halle sehr, sehr dunkel ist und eben eine kleinere Crowd zu sehen ist, ne? Und, ähm, für mich persönlich auch, wenn ich mich daran erinnere, äh, ja, als Jugendlicher damals fand ich es auch immer sehr, sehr geil, äh, Fans schreien zu sehen, äh, Stimmung zu sehen, Schilder hochreißend zu sehen und ich wollte immer mit dabei sein, dieses Gefühl, ja, ähm, was verpassen zu können, wenn man das nicht einschaltet oder wenn man da nicht live vor Ort ist, das bringt, äh, AEW in dem Fall im Konkurrenzkampf besser rüber als NXT, äh, auch wenn die wrestlerischen Leistungen bei NXT natürlich außer Frage sehr, sehr stark sind, ne? Da kann man gar nichts gegen sagen, aber das Drumherum macht es halt eben aus und das wollte ich hier nochmal erwähnen, weil wir das in, äh, oder ich in der letzten, äh, Sendung eben noch nicht so erwähnt haben und mir auch gar nicht aufgefallen ist und vielleicht sieht das der ein oder andere Zuschauer ja auch, würde mich mal interessieren, könnt ihr ja mal gerne in die Kommentare reinhauen, ob ihr das, äh, auch so empfindet oder ob das völliger Quatsch ist und ihr denkt, äh, es geht eigentlich nur um das wrestlerische Produkt und nicht darum, wie der Look drumherum ist. Ich sehe das aber genauso wie, wie Mac, also, wenn man in Konkurrenz treten will mit AEW, dann muss man die Full Sail Halle verlassen auf jeden Fall, also, da kann man nicht da bleiben, das wirkt einfach kleiner, das, äh, die Außenwirkung, wie, wie Mac das dargestellt hat, ist, 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 ist total logisch, also, da muss man raus, was ich schade fänden würde, aber es geht nicht anders, wenn man in Konkurrenz treten will, muss man sich auch größer präsentieren, weil der Look von AEW, der ist fantastisch, der wirkt groß, der wirkt big, während wir hingegen, dass, ähm, bei NXT ja wirklich eher so, ja, auch wirklich klein aussieht, so, obwohl die Matches natürlich großartig sind. Im Vergleich zur Vorwoche von NXT, muss ich sagen, in der Vorwoche hat man ja so ein kleines Takeover aufgeboten, das war ja wirklich dann zum Start, eine Riesenshow, was auch wirklich ein Takeover hätte sein können. Hier, das war eher eine normale NXT-Show diesmal, zwar zwei Stunden, aber irgendwie war das normal NXT-Kämpfen, klar, mit vielen Highlights, aber mir hat das so diese Woche besser gefallen als letzte Woche, mir war da wirklich das so ein bisschen aufgebläht, die Matches letzte Woche waren, fantastisch, nichts gegen die Show, aber so als reine NXT-Show hat es mir diese Woche besser gefallen. Im Vergleich zu AEW, das ich auch schon gesehen habe, muss ich sagen, ich fand Dynamite, die Folge 2, nochmal besser als Folge 1. Mir hat Folge 1 schon richtig gut gefallen, aber AEW hat da nochmal eine Schippe draufgelegt, haben sich nochmal mehr gefunden und fand ich super unterhaltsam rund, das hat echt Spaß gemacht, das so am Stück zu verfolgen. Tut sich auch gut, dass es auch zwei Stunden sind, nicht wie War 3 Stunden. Also das hat wirklich, wirklich Spaß gemacht und ich freue mich auf beide Sendungen, ich freue mich auf NXT nächste Woche, ich freue mich aber auch auf AEW nächste Woche und ich glaube, ich bin ein bisschen mehr im AEW-Hype als aktuell bei NXT, obwohl mir beides wirklich gut gefallen hat. Also beides vielleicht bessere Sendungen als die, als Raw diese Woche definitiv, würde ich sagen. Das würde ich definitiv unterstreichen, ja. Und ich würde auch mal von Johnny, wir wissen ja jetzt auch schon die Einschaltquoten, die haben sich nämlich ein bisschen verändert, die wird Johnny uns jetzt nochmal sagen, weil im Vergleich zur letzten Woche hat sich wirklich einiges getan. Durchschnittlich haben 1,14 Millionen Zuschauer zusammengerechnet, es gab da eine Split-Ausstrahlung, das wollen wir jetzt nicht genau erklären, aber 1,14 Millionen haben bei AEW eingeschaltet, das sind knapp 300.000 Zuschauer weniger als in der letzten Woche. NXT sinkt auf 790.000 Zuschauer. Da ist eine Differenz von 350.000 Zuschauer zwischen NXT und AEW dabei. Und ich würde sagen, das ist auch quasi, wenn man das mal auf die Qualität überträgt, genau das, was die Differenz hier auch ist. Zumindest für mich diese Woche, weil AEW ja auch eine unterhaltsame Show geboten hat, eine unterhaltsamere Show. Also es war ein Top-Niveau bei beiden Veranstaltungen, fand ich. Aber Chris Jericho hat für mich bei AEW den Unterschied gemacht. Diese Frische, dieser Hype, den du angesprochen hast, Shaggy, das ist was anderes. Und deswegen ist AEW wahrscheinlich auch gerade nicht schlagbar. Also diesen Hype, dem kannst du ja nicht so wirklich begegnen. Da kommst du nicht so wirklich gegen an. Und das ist ganz, ganz spannend. Habt ihr damit gerechnet, dass NXT jetzt auf 790.000 runtergeht, beziehungsweise dass AEW auch so deutlich verliert? Also dass es ein bisschen runtergehen wird, damit habe ich gerechnet. So deutlich nicht, muss ich ehrlich sagen. Ist immer klar, wenn was Neues auf dem Markt ist, dass da auch viele Leute reinschalten werden, die vielleicht gar nicht so Interesse an dem Produkt haben, sondern einfach, ja, es wird was gehypt, also gucke ich mal rein, was das eigentlich ist. Und ja, wenn ich dann da abgeholt werden kann, bleibe ich auch dabei. Und das ist es halt eben. Also man hat da, oder sieht da vielleicht, dass man dann doch nicht jeden perfekt abholen konnte. Aber ich denke, man muss auch nochmal die nächsten Wochen abwarten, in welche Richtung sich das entwickelt. Ob das jetzt konstant bleibt, also dass man immer irgendwo ein bisschen Rückläufe hat, oder ob das tatsächlich wieder nach oben geht und eben, ja, andere Veranstaltungen wie, ja, in diesem Fall war es ja die Major League Baseball, sagtest du, hatte da eine Veranstaltung, beziehungsweise ihre, ja, Games, was da viel Zuschauer vielleicht weggezogen hat. Also man kann da gespannt sein in der Zukunft, wie das aussieht. Was ich da nochmal sagen wollte bei NXT, also ich finde oder denke, NXT sollte nicht den Fehler machen, was mir jetzt schon so ein wenig auffällt, hier und da, ja, auf die gleiche Schiene, die gleiche Strecke, Strecke, beziehungsweise die gleiche Spur zu fahren, wie AEW. Also, ähm, mir ist aufgefallen, dass im Opener, äh, wir einen Ring Richterin direkt hatten, ähm, was AEW, ja, in der letzten Woche, damit für Schlagzeilen gesorgt hat. Und es wirkt dann natürlich so bei NXT, wenn man das jetzt sieht, ähm, okay, NXT will da nachsetzen, will das Gleiche irgendwie präsentieren, nur in einer besseren Umgebung, wie es WWE immer so schön sagt. Und, ähm, ich finde NXT sollte was Eigenes machen, so wie sie vorher auch waren, ihr Produkt weiter so durchziehen, auf sich selbst vertrauen und, äh, AEW, AEW sein lassen und deren Produkt machen. Ähm, denn wenn du zugleich wirst, ähm, oder die gleiche Schiene probierst zu fahren, denke ich, dass die Leute eher zu AEW springen werden, weil die Aufmachung eben anders ist, ne? Es wirkt halt größer, es wirkt heißer, es wirkt frischer, ähm, wie ihr schon gesagt habt, ich hab die neue Episode noch nicht gesehen, die werde ich mir aber auch definitiv noch geben. Und, ähm, der Hype ist da einfach sehr, sehr groß, weil es ganz frisch ist. Und du hast halt sehr, sehr große Superstars, ne? Wie du gesagt hast, Chris Jericho, das ist halt einfach Name Moxley, also ich brauch die gar nicht alle aufzuzählen. Ähm, und in dieser Episode von NXT war es dann tatsächlich eher ein Aufbau für neue Stars, für NXT, und deswegen ist das vielleicht so ein bisschen abgefallen im Eindruck. Und ich finde zu den Quoten nochmal ganz kurz, also ich, ähm, klar, äh, gerade bei AEW knapp, äh, 350.000 weniger, ist schon, ist schon eine Menge, aber ich glaube, dass man sich erst mal auf die Zahl jetzt einpendeln wird. Ich glaube nicht, dass es sehr arg weiter runtergehen wird. Man hat jetzt seine Fanbase möglicherweise gefunden, auch bei NXT wird es in etwa, könnte ich mir vorstellen, so bleiben, nur minimal vielleicht noch runtergehen, aber man baut jetzt auch neue Fans auf, und ich glaube, dass man, dass man die Quoten sogar steigern kann im Laufe der nächsten Monate, dass man immer ein paar mehr, vielleicht 100.000 mehr oder so, und immer mal mehr, äh, erreicht, weil man wirklich ein eigenes Produkt bei AEW auf die Beine stellt. Und wie, wie Mac gesagt hat, die haben ein eigenes, ja, Profil, und die richten sich nicht nach den anderen, sondern die haben ihre Shows geschrieben, ich glaube, die haben sie schon wahrscheinlich so im Kopf gehabt, vor Wochen, bevor klar war, dass NXT dagegen gestellt wird. Und die reagieren nicht auf NXT, sondern ziehen ihr eigenes Ding durch, und das merkt man auch, und das finde ich cool. Und die WWE reagiert viel mehr auf AEW, als es umgekehrt ist, auf jeden Fall. Das hat Mac sicherlich, klar, auf jeden Fall gerade gesagt, und so sehe ich es nämlich auch. Und ich glaube, dass man bei beiden aufbauen wird, und ich glaube, dass man, man hat jetzt auch wieder 1,9 Millionen, 1,8 Millionen zusammen, an einem Mittwoch-Wrestling-Fans, und die werden noch wachsen. Ich kann mir schon vorstellen, dass immer mehr Wrestling-Fans jetzt durch AEW, und vielleicht auch durch ein anderes NXT, wieder zum Wrestling hinzugeführt werden. Das ist schon spannend zu verfolgen, und ich glaube, weiter werden die Quoten nicht arg sinken. Das ist meine Vermutung, aber warten wir es ab, wie es in der nächsten Woche aussehen wird. Ich finde das so spannend, und es ist absolut richtig, was du sagst, glaube ich, dass dieses Miteinander, im Endeffekt ist es ja ein Gegeneinander, aber es ist auch ein Miteinander von AEW und NXT, neue Wrestling-Fans kreiert. Einfach, weil es durch dieses Gegeneinander dann eine Qualitätssteigerung bei beiden gibt, ganz logische Folge von Konkurrenz. Und daraus folgend dann wiederum Leute, die dann am Montagabend frustriert ausgeschaltet haben irgendwann und nicht mehr eingeschaltet haben, dann auf einmal am Mittwochabend wieder das bekommen, was sie eigentlich lieben, was sie vor 20 Jahren geliebt haben, oder was sie jetzt neu lieben lernen. Also das ist ganz, ganz spannend. Und ich habe noch einen finalen Impuls für euch. Das habe ich mich gerade gefragt, als wir über die Stars auch gesprochen haben von AEW. Welcher Brand hat denn im Endeffekt mehr Zugkraft? NXT oder AEW? Ich finde es ganz, ganz schwer, das zu vergleichen, weil NXT ja quasi das WWE-Banner hat und damit schon ein großes Backing hat. Aber eben, finde ich, nicht ansatzweise so große Stars trotzdem oder zumindest, was heißt nicht ansatzweise, schon weniger Star-Power an sich hat, als AEW mit Moxie, Jericho und Co. Also da würde mich mal eure Einschätzung noch interessieren. Ich denke definitiv, dass AEW da im Moment die größere Star-Power hat und da auch mehr Stars zeigt. Aber man muss bedenken, dass WWE da natürlich im Moment zumindest noch die Macht hat, auch zu entscheiden, was sie wollen. Nehmen wir es mal so, WWE könnte von heute auf morgen einfach ihre Stars zu NXT schicken. Die könnten einen Roman Reigns, einen Randy Orton, einen Goldberg, einen, ja, Oldschool-Star wie Hulk Hogan sogar ins NXT-Produkt schicken, was wir natürlich nicht hoffen. Aber das könnten sie, wenn sie wollen. Im Moment ist es aber meiner Meinung nach so, ohne jetzt wirklich gegen WWE shooten zu wollen, dass die WWE noch die Arroganz besitzt, zu denken, ach, es reicht, wenn wir unser NXT-Produkt als Konkurrenz gegen AEW auf den Markt schicken. Wir haben da stark genug Wrestler und die haben auch den Namen genug, um die, ja, AEW-Wrestler auszustechen. Und dementsprechend denke ich, dass derzeit definitiv AEW da die größere Star-Power hat. Es ist so, als ob man eine Main-Show eben mit einer B-Show vergleichen würde, meiner Meinung nach. Aber gut, es liegt halt an WWE. Also wenn WWE die Konkurrenz dann demnächst tatsächlich noch ernster nimmt, denke ich auch, dass wir mehr Stars da sehen werden. Wir haben ja schon so einen kleinen Teaser bekommen mit Finn Balor. Das ist ja schon mal ein Zeichen, dass es einfach mal so geht, einen etablierten Star, wo war er jetzt zuletzt? Bei Raw oder SmackDown? Ich glaube, bei Raw, aber das war in den letzten Monaten auch vollkommen egal. Da hatte ja auch jeder seine Wildcard. Ja gut, dann den Wildcard-Inhaber quasi einfach mal runterzuschicken zu NXT oder runter darf man ja gar nicht sagen, sondern ins Mittwochsprogramm zu NXT zu schicken. Und wie gesagt, das könnten sie mit jedem machen. Und dementsprechend liegt es derzeit bei WWE, welchen Hebel sie umlegen wollen. Und da muss AEW eben aufpassen und weiterhin die Schiene fahren, die sie auch tatsächlich gerade machen, ihre Stars, die etablierten Stars zu zeigen, aber die etablierten Stars auch zu nutzen, um neue Stars aufzubauen. Und ich denke, das machen sie auch schon. Und es wird in der Zukunft auch noch viel, viel weitergehen. Und das macht AEW derzeit auch so spannend und im Moment zumindest noch als Sieger in dem Battle, meiner Meinung nach. Ja, und wenn man jetzt, Mech hat es gut irgendwie analysiert, also wenn man jetzt aber WWE mit AEW vergleichen würde, komplett WWE, dann steht die WWE natürlich deutlich größer als AEW. Da darf man auch mit dem aktuellen AEW-Hype nicht vergessen, dass die WWE einfach die größte Wrestling-Liga der Welt ist. Größer als alle anderen zusammen. Richtig. Würde man fast sagen. Auf jeden Fall. NXT im Vergleich zu AEW, ich sehe das ein bisschen anders, weil AEW hat für mich nur eigentlich einen großen Mainstream-Namen. Das ist Chris Jericho. Klar, ein Jon Moxley, ein Kenny Omega, die sind auch Stars. Die mag man in der Wrestling-Blase, mag man die total gerne, aber die kennt man im Mainstream nicht unbedingt. Ein Jon Moxley eher noch als ein Kenny Omega. Auch ein Cody oder die Youngbugs sind außerhalb der Wrestling-Blase nicht wirklich bekannt oder nicht wirklich Stars. Aber man baut sie wirklich gut auf und man macht sie auch dem Mainstream bekannt. Das macht man irgendwie ganz gut. NXT hat aber im Gegensatz zu AEW, finde ich zumindest, eine deutlich bessere Damen-Division. Da werde ich mit Mech ja in den nächsten Wochen auch drüber sprechen. Da freue ich mich schon drauf. Die Damen-Division von NXT finde ich deutlich stärker als die von AEW. Da ist es noch nicht so richtig aufgebaut. Aber das bearbeitet aber auch ganz gut dran. Was mir besonders gut gefällt bei AEW ist die Tag-Team-Division. Die ist super. Die finde ich, wie sie auch dargestellt wird, besser als die Tag-Team-Division komplett bei der WWE, obwohl die da natürlich auch fantastische Wrestler haben. Aber ich freue mich auf die nächsten Wochen. Ich bin gespannt, wie es da weitergeht. AEW macht vieles richtig. NXT macht auch einiges richtig. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Es stehen auf jeden Fall interessante Wochen bevor. Das ist doch das Schönste, was einem Wrestling-Fan passieren kann. Das sind wunderschöne Schlussworte, Jackie. Dafür bist du ja auch bekannt. Ich möchte euch trotzdem noch die Möglichkeit geben, was habt ihr noch loszuwerden? Denn ich würde sagen, wir sind am Ende. Mittwochs ist der Wrestling-Abend oder der Wrestling-Tag, je nachdem. Also Mittwochs ist wieder sozusagen mein Herz aufgegangen. Ich bin auch wieder total im Wrestling-Fieber, selbst als Zuschauer. Ich fühle mich so ein bisschen zurückerinnert, ich alter Mann, an die damaligen Wars, also zwischen WCW und der WWF damals. Und es macht wieder richtig Spaß, Wrestling zu gucken. Also egal, welche Brand man schaut, man hat viel zu erzählen. Und man sieht das ja auch bei den Zuschauern, bei den Fans. Es wird viel gestritten, es wird viel diskutiert. Auch hier hoffe ich gleich wieder in den Kommentaren, viel verschiedene Meinungen zu lesen. Und ja, ich freue mich auf die nächsten Wochen mit euch natürlich im Review, aber auch die Kommentare der Fans zu lesen zu den jeweiligen Shows und die Eindrücke mitzunehmen. Und bin gespannt, was da so kommt. Ich denke, uns kann ganz, 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 ganz viel noch erwarten in der Zukunft. Und das wird's auch. Und ja, mal gucken, was so kommt. Ich bin gespannt. Ich sehe das auch wie Mac. Also ich freue mich sehr. Ja, schreibt eure Kommentare drunter. Aber nicht nur zu den Shows, sondern auch zu uns. Wie fandet ihr jetzt die aktuellen Podcasts? Wie findet ihr Spotfighter im Moment, wie er sich's aufgestellt hat? Fantastisch, was Johnny und Tobi da auf die Beine mitgestellt haben. Wir freuen uns, auch Teil davon zu sein. Ich freue mich in den nächsten Wochen auch mit dem Macster, das öfter noch alleine zu sprechen. Dann ist der Johnny wieder draußen. Ich meine, Mac und ich sind auch, wir kennen uns ja auch, wir sind auch zusammen öfters bei Aftershow-Partys, bei Partys gewesen. Da waren wir zusammen, während der Johnny draußen stehen musste, weil er noch nicht alt genug war. Genauso ist es ein bisschen das Gefühl jetzt zukünftig, dann ohne den Johnny auch zu talken. So Leute, ich kann euch auf jeden Fall noch ein Trinkspiel empfehlen. Immer, wenn der Shaggy sagt oder in diesem Podcast gesagt hat, da würde ich dem Macster zustimmen, könnt ihr mal einen kurzen trinken. Dann seid ihr hier spätestens nach den 50 Minuten auf jeden Fall besoffen. Und ich denke, das wird so weitergehen. Ihr seid natürlich großartige Talker und ihr werdet das auch super die nächsten Wochen schaukeln. Aber ich muss dich kurz unterbrechen. Klar, aber wir haben auch sehr viele Dinge, wo wir nicht einer Meinung sind. Die Ladies. Werde ich dann in den nächsten Wochen auch herumreiten. Und da werde ich den Mac zum einen überzeugen, dass Frauenwrestling einfach fantastisch ist. Und zum anderen werden wir auch schauen. Er hat in vielen Dingen recht einfach. Ich meine, er ist nicht nur ein Wrestler, er ist auch ein Experte, weil du immer sagst, Wrestler und Experten. Mac ist beides. Und da freue ich mich sehr, mit ihm darüber zu talken. Wir werden auch unterschiedlicher Meinung sein, da bin ich mir sicher. Aber es ist auch schön, dass wir so harmonisch beginnen. Und mit diesen Worten verabschieden wir uns. Dankeschön, dass ihr diese Woche mit dabei wart. Schaltet auf jeden Fall spätestens nächstes Mal ein. Denn der Spotfight-Podcast, der delivert hier Content am laufenden Band. Bleibt uns gewogen. Haut rein. Bis zum nächsten Mal und ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.